Herzlich Willkommen bei André Talkt Anderswo, der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten von und mit André Christen. Und das bin ich mit einer neuen regulären Podcast-Folge. Heute soll es darum gehen, wie es denn bei mir weitergeht. Es mehren sich die Anfragen und ich dachte, ich bringe jetzt mal ein bisschen Licht ins Dunkel. Der eine oder andere kann sich vielleicht denken, wo es für mich jetzt weiterhin geht. Also nicht ganz aktuell, weil im Moment bin ich auf dem Weg zu meinen Eltern an den Kaiserschulen und würde da eben Familie und Freunde besuchen. Aber Ende März, das genaue Datum steht noch nicht fest, aber Ende März geht es für mich auf den nächsten längeren Reiseabschnitt, auf den ich mich wirklich sehr, sehr doll freue. Denn das ist ja jetzt schon eine ganze Weile her, dass ich einen längeren Reiseabschnitt hatte, durch das, dass ich ja im Winter in Deutschland geblieben bin. Ja, wo geht es denn nun hin und wieso, weshalb, warum so ungefähr? Das möchte ich heute euch ein wenig erzählen. Und wer mag, kann wie immer bei den Dienstagsfolgen mir auch zuschauen, hier bei YouTube, wenn du jetzt rüber gewechselt hast. Hallihallo bei YouTube. Ich habe aufgrund meiner Situation im Winter, dass ich nicht in den Süden gefahren bin, sondern dass ich in Deutschland geblieben bin, habe ja Weihnachten mit meiner Tochter und Familie verbracht und war davor noch bei meinen Eltern. Und dann war ich ja die vier Wochen auf Bornholm und so, habe ich dann überlegt, was machst du denn jetzt im Winter beziehungsweise was machst du im Frühling und im Sommer? Weil danach hat sich dann im Prinzip das ausgerichtet, wie lange ich überhaupt in Nordfriesland zum Beispiel bin. Deswegen war ich auch vier Wochen auf Bornholm, also sprich in einem Ferienhaus. Bornholm war ja Zufall, weil ich da so ein Schnäppchen bekommen habe. Das war gar nicht geplant, also ich wollte nicht unbedingt nach Bornholm. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich jetzt da war, aber das war nicht Ziel, sondern Ziel war vier Wochen in ein Ferienhaus zu gehen. Ja, und dann habe ich überlegt, was machst du denn dann für einen längeren Reiseabschnitt ganz im Süden? Und das war mir dann eigentlich irgendwie auch zu weit, weil ich im Sommer vorhatte und nach wie vor vor habe, in Deutschland zu sein, so zwei, drei Monate. Ja, und das hin und her und schon ganz lange, mindestens seit ich losgefahren bin, aber auch vorher schon, standen diese Länder, wo ich jetzt will, ja Länder, schon auf meiner Liste, dass ich das nochmal sehen möchte. Denn ich war tatsächlich dort noch nie. Also jetzt raus einmal mit der Sprache, es sind schon drei Minuten um und ich habe es immer noch nicht gesagt. Mein nächster großer Reiseabschnitt geht nach Großbritannien. Ende März werde ich die Fähre nehmen, auch das ist noch nicht klar, welche und von wo. Und dann rüberfahren nach erst mal England, Südengland. Dann, so ist zumindest im Moment meine Idee, steckt noch mitten in den Vorbereitungen, ist noch nichts festgezurrt. Dann geht es weiter nach Schottland. Und von Schottland will ich dann noch übersetzen nach Irland. Von Irland geht es dann zurück nach England bzw. Wales und von England, Südengland, dann mit der Fähre wieder zurück nach Frankreich oder Holland. Diese zwei Optionen gibt es ja auch für die Hinfahrt. Das ist jetzt noch nicht so ganz klar für mich, wie ich das mache. Wobei die Hinfahrt schon sich eher abzeichnet, dass ich das von Holland aus mache. Das ist in der Nähe von Rotterdam. Ich glaube, Höck van Holland nennt sich der Ort, der Hafen. Und dann geht es rüber nach Harwich geschrieben. Ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, aber ich glaube und habe das von meinen Freunden so gehört, dass es irgendwie so ähnlich wie Harwich ausgesprochen wird. Also das W wird irgendwie gar nicht betont, also Harwich irgendwie so. Naja, vielleicht lerne ich das ja dann in den paar Monaten, wo ich drüben bin, auf den Inseln. Und ich freue mich da wahnsinnig drauf. Also ich freue mich wirklich sehr drauf, Land und Leute kennenzulernen. Und wie immer, wenn es ein neues Land ist bei mir, dann bin ich da auch sehr aufgeregt. Natürlich gibt es auch Herausforderungen, wie immer auf so einer Reise, die ich jetzt schon weiß. Es wird eine Menge geben, die ich jetzt noch gar nicht erahnen kann. Das kommt ja immer so, aber das macht ja auch Spaß. Und das macht ja das Reisen auch so spannend, zumindest für mich. Und ich habe schon sehr viel Respekt, zum Beispiel vor dem Linksverkehr. Und ich bin da sehr gespannt drauf, wie das so wird. Weil ich glaube tatsächlich, Linksverkehr ist gar nicht so das Riesenproblem. Aber ich habe halt ein Wohnmobil. Das ist siebeneinhalb Meter lang. Und die Rundumsicht ist natürlich nicht so gegeben wie in einem Auto. Ich habe jetzt schon das große Glück, dass ich rechts hinter dem Beifahrersitz noch ein Küchenfenster habe, das gar nicht so klein ist. Da kann ich schon ein bisschen raussehen, aber natürlich nicht den toten Winkel. Also wenn ich weiter nach rechts gucken will, da kommt dann die Tür und der Kühlschrank. Da sehe ich dann nichts mehr. Und links ist ja dann nicht so relevant. Da habe ich ja ein Riesenfenster, wo ich hier jetzt auch sitze an dem Tisch. Aber ja. Und ich habe ein Heckfenster, wo ich auch noch was raussehen kann. Also für ein Wohnmobil habe ich eigentlich eine relativ gute Sicht. Trotzdem habe ich wirklich sehr viel Respekt davor. Und habe mich darauf auch schon ein bisschen vorbereitet, reingelesen. Und unter anderem habe ich mir jetzt gerade so Aufkleber bestellt für die Scheinwerfer. Weil in Deutschland ist es ja so, dass unsere Scheinwerfer nicht nur geradeaus leuchten, sondern die rechte Seite, also die Beifahrerseite ein bisschen mehr noch mitnimmt. Der Leuchtkegel, damit man auch Fußgänger sieht und so weiter und so fort. Also so ein bisschen den Straßenrand. Und genau dieses nach rechts leuchten, das würde ja auf der linken Fahrspur bedeuten, dass ich die rechts, die mir entgegenkommen, blende. Und deshalb gibt es so Aufkleber, die man dann auf die Scheinwerfer drauf klebt, damit genau dieser Winkel dann abgeklebt ist und halt die Straße nicht ausleuchtet. Bedeutet aber im Umkehrschluss natürlich, dass ich weniger Sicht habe insgesamt, weil natürlich ein Teil des Scheinwerfers ja abgedeckt ist. Also das wird spannend. Ich bin ja aber auch nicht unbedingt der, der jetzt nachts irgendwie umherfährt. Ich versuche ja auch immer, die Stellplätze so anzufahren, dass ich im Hellen da ankomme. Ja, und dann habe ich noch so ein paar andere Sachen vor, um mich vorzubereiten. Das sind so Mitgliedschaften in verschiedenen, ich nenne es mal Clubs. Ich glaube, Großbritannien ist ja das Land der Clubs. Es gibt eben auch Campingclubs, wo man dann vergünstigte Fährfahrten hat, Vergünstigungen auf Campingplatzaufenthalte, weil ich weiß auch noch nicht genau, wie das läuft mit dem Freistehen. Das soll wohl gerade in Schottland ganz gut gehen. Und ich bin ja jetzt auch in einer Zeit unterwegs, wo noch nicht Haupturlaubszeit ist. Deshalb hoffe ich mal, dass das ganz gut geht mit Freistehen. Das liebe ich ja auch. Aber ich brauche halt auch mal Wasser und Strom. Stellplätze gibt es wohl da drüben nicht so wirklich viele. Also bin ich gezwungen letztendlich auch mal Campingplätze anzufahren. Das macht das Ganze natürlich auch wieder ein Stück weit teurer, aber auch spannend. Und deshalb überlege ich halt, wie ich möglichst günstig durch das Land reisen kann. Und deshalb werde ich höchstwahrscheinlich in so einem Caravan-Club Mitglied werden für ein Jahr. Und werde, das ist schon sehr sicher, oder das ist klar, dass ich das machen werde, ich werde mir eine Mitgliedschaft für ein Jahr bei BritStops holen. BritStops ist das Pendant zum deutschen Landvergnügen, wo man ja auf Höfen oder auf Farmen oder Brauereien oder sonst irgendwo stehen kann. Eine Nacht kostenfrei, wenn man da Mitglied ist. Kostet so um die 40 Euro im Jahr. In Deutschland, glaube ich, sogar teurer. Bei BritStops ist es so, dass jetzt bis Ende März noch 20 Prozent Ermäßigung für eine Jahresmitgliedschaft vorgesehen sind. Da habe ich extra noch mal gechattet mit einem Mitarbeiter, ob das, also wie lang dieser Rabattcode gültig ist. Das ist tatsächlich bis Ende März, weil dort schließt man nicht eine Jahresmitgliedschaft ab fürs Kalenderjahr. Bei Landvergnügen ist es immer so, dass man dann, ich glaube, vom 1.4. bis 31.3. des Folgejahres abschließt, sondern bei BritStops sind es immer zwölf Monate. Und dann habe ich gesagt, dann reicht es ja, wenn ich es Ende März abschließe und die 20 Prozent aber dann noch mitnehme. Und dort kann ich eben auch bei Pubs übernachten und so. Im Gegenzug, dass man dort übernachten kann, wird so ein bisschen, erwartet weiß ich nicht, aber als höflich empfunden, dass man dort dann irgendwas verzehrt einkauft oder je nachdem, was das ist, wenn das eine Farm ist und die stellen selbst, weiß ich nicht, Buttermilch oder Fleisch her oder sowas, dass man dann dort irgendwie was einkauft oder bei einem Pub dann halt auch mal isst. Das mache ich ja sowieso sehr gerne. Nur ich muss natürlich auch gucken, wie es mit den Kosten ist, weil der Aufenthalt drüben in Großbritannien, auf der englischen Insel wollte ich sagen, aber ja, in Großbritannien, das trifft es vielleicht besser, und Irland. Und das ist schon so, dass das ein bisschen teurer wird. Da muss ich mir nichts vormachen. Aber das ist in Ordnung. Und da habe ich mich darauf eingestellt. Und deshalb gucke ich natürlich trotzdem, dass ich möglichst günstig durch das Land reise. Ich werde auch eine Mitgliedschaft, ziemlich sicher, da bin ich mir auch schon sehr sicher, machen bei National Trust. Das ist eine Vereinigung für die ganzen nationalen Sehenswürdigkeiten, sage ich mal, Schlösser, Naturparks und so weiter und so fort. Und die kostet so, ich glaube, umgerechnet knapp 100 Euro, auch für ein Jahr. Gilt auch weltweit. Tatsächlich gibt es auch noch andere Destinationen weltweit, die man dann auch besuchen kann. Und es ist so, dass man auch zum Beispiel, also dann den Eintritt umsonst hat, manchmal nur eine Vergünstigung, aber meistens umsonst, wenn ich das richtig weiß, und auf jeden Fall die Parkplatzgebühren erlassen werden. Und das sind schon immer 5, 6, 7, 8 Pfund. Also irgendwie zwischen 5 und 10 Euro. Und dafür lohnt sich das schon. Also wenn man, wie ich jetzt, ich habe geplant mal ungefähr drei Monate für diese ganze Tour und dann lohnt sich das schon. Aber ich werde auf jeden Fall hier berichten im Podcast, wie es denn läuft und was so passiert ist. In vier Wochen bin ich dann tatsächlich wahrscheinlich schon auf der Insel oder gerade am Rüberfahren. Also irgendwie so. Das kommt jetzt so ein bisschen drauf an, weil die Fährpreise natürlich Ende März teurer werden, weil dann Ostern ist. Und ich will dann vor Ostern noch rüber, damit ich dann die günstigeren Fährpreise bekomme. Das steht jetzt alles spätestens nächste Woche eigentlich an, dass ich das buche, damit ich noch ein bisschen Vorlauf habe und guten Preis bekomme. Wenn ihr Tipps habt für Großbritannien, Schottland, Wales, Irland, dann sehr, sehr gerne an mich. Schreibt das hier bei YouTube in die Kommentare oder bei Spotify kann man ja auch schön Kommentare drunter schreiben. Also immer her damit. Ich bin noch wirklich mitten in den Vorbereitungen, habe auch Reiseführer und gucke mir da auch manche Sachen natürlich an. Also ich bin um jede Information dankbar. Ach ja, genau. Gas brauche ich natürlich auch. Es ist ja noch kalt und das wird das auch da drüben erst mal noch bleiben. Also ich mache mir nichts vor. Es ist jetzt kein Reiseland, wo ich tolle Sonne und Wärme habe. Aber ich freue mich trotzdem da sehr drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl ich jetzt schon so viele Monate in Deutschland bin und Regen und Sturm und was weiß ich und Kälte hatte. Aber ich freue mich da wirklich drauf. Und Gas ist wirklich ein bisschen ein Problem da drüben, weil ich ja zwei normale Gasflaschen habe mit Propangas und in Großbritannien, ich glaube in Irland geht es, aber Großbritannien und Schottland kann ich, Großbritannien und Schottland, Schottland gehört ja, also in England und in Schottland, kann ich nicht die deutschen Flaschen füllen lassen. So und jetzt bin ich in einer Facebook-Gruppe, ich glaube die heißt mit dem Wohnmobil durch Schottland oder mit dem Wohnmobil durch England oder irgendwie sowas. Und da hat jemand geschrieben als Kommentar zu einer Frage eben mit der Gasversorgung, dass sie noch zu Hause in Deutschland eine englische Flasche stehen haben und die würden sie verkaufen wollen, weil sie erst mal nicht mehr nach England fahren. Und da habe ich gleich eine private Nachricht geschickt und das klappt, ich kann jetzt diesen Samstag auf der Tour vom, ja ich sag mal Ruhrpott, wo ich dann noch bin am Wochenende, am Freitag, auf der Tour zu meinen Eltern am Samstag da vorbeifahren, das ist in der Nähe von Darmstadt und kann dort meine Gasflasche, dann die Gasflasche, die englische Gasflasche kaufen, die ist im Moment leer, die muss ich halt dann gleich tauschen drüben. Ich habe schon geguckt, das ist von einer ganz, ganz bekannten, großen Gasfirma in England oder Großbritannien überhaupt, auch Irland, haben die Destinationen, mehrere tausend Destinationen, auch unter anderem bei Supermärkten kann man diese Flaschen einfach tauschen. Und da bin ich echt richtig happy drüber, weil man kann wohl als Ausländer ganz schwer nur an eine neue Flasche da drüben drankommen. Und dann kostet die auch was. Also der Verkäufer, der mir jetzt die verkauft hat, hat gesagt, die haben für die volle Flasche mit dem Schlauch, weil da braucht man einen anderen Schlauch, 120 Euro bezahlt und ich kann die jetzt für 40 Euro bekommen. Also super. Ich weiß noch nicht, was die Füllungen drüben kosten. Das weiß ich jetzt nicht. Das muss ich nochmal recherchieren oder einfach dann sehen. Die wird wahrscheinlich auch so irgendwie um die 30, 40 Euro kosten, schätze ich mal. Das ist ja fast überall so. Und ja, genau. Also Gas ist auch gesichert. Da bin ich sehr froh. Ich habe dann meine beiden deutschen Flaschen mit und dann eben die englische. So habe ich es ja in Griechenland auch gemacht. Die englische ist dauerhaft dran. Und wenn ich dann die englische tauschen muss für den halben Tag oder für den Tag geht dann meine Graue dran und dann reichen mir die zwei in der Regel auch zum Durchtauschen. Für ein Vierteljahr müsste das so hinhauen. Vielleicht gibt es auch in Irland, da gibt es wohl einige Stationen, wo man auch deutsche Flaschen füllen lassen kann. Mal gucken. Das werde ich sehen. Also ihr merkt vielleicht auch am Erzählen, dass ich wirklich mich sehr, sehr darauf freue. Jetzt wisst ihr auch, wo es hingeht. Und ja, ich hoffe, ihr seid auch neugierig. Verfolgt mich weiterhin hier im Podcast oder auf Instagram und Facebook, wie meine Reise dann startet. Ich werde natürlich wieder mehr posten, wie ich es jetzt gerade in Deutschland mache. Das ist ja immer so, wenn ich am Reisen bin, habe ich da auch richtig, richtig viel Lust dazu. Und dann macht das auch Spaß. Da sehe ich ja auch viel und komme viel rum und erlebe viel. Ja, ich erlebe auch viel in Deutschland, aber irgendwie sind dann die sozialen Medien, das ist dann so ein bisschen nach hinten gerutscht, gerade auch, wenn ich mich mit Freunden und Familie treffe. Und das wird definitiv ab Ende März dann wieder mehr. Ich freue mich da sehr drauf. Ich habe kein Ende mehr gesetzt. Ungefähr drei Monate, wenn es vier werden, werden es vier. Ich will mir wirklich Zeit nehmen für die Länder da drüben und bin sehr, sehr gespannt, was auf mich zukommt und hoffe, du bist mit dabei. Erzähle es gerne anderen, was es hier zu sehen und zu hören gibt bei mir auf dem Kanal. Und dann hören wir uns spätestens nächste Woche wieder oder vielleicht ja schon morgen wieder im Podlog, wenn du den hörst, meinen täglichen Kurzzusammenschnitt meines Tages, den ich ja jeden Tag auf sämtlichen Podcast-Plattformen veröffentliche, auch bei YouTube, dort allerdings ohne Video, aber man kann ihn sich anhören, genauso wie jetzt auch diese Folgen hier, aber hier sind sie halt mit Video. Also nochmal vielen Dank, dass du hier bist, vielen Dank fürs Supporten, fürs Teilen und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André Talkt anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andré-anderswo.de vorbei. Bye. Music Musik Bis zum nächsten Mal.